und wir sind zurück das dürfte jetzt Teil 3 sein vielleicht können wir endlich mal das Intro langsam hinter uns bringen müsste eigentlich schneller reden oder lesen Come on you two, ja genau beruhigt euch ihr beiden Don't stop me Ariel, this girl needs to learn the error of her race Ah genau, sie musste aus ihren Fehlern lernen You two don't have to fight each other out here Just chill out Genau, ihr müsst nicht über irgend so einen blöden Mist kämpfen, genau Just chill out here Huh, where did this come from? Na, I'm that in here, really Also, Ryoga müsste sie doch eigentlich recht gut kennen Oder hat er sie bei diesem Duell das erste mal getroffen, der sie jetzt ständig wahrschließt von allem was sie sagt I'm used to dealing with people like her Teufelsmädchen von anderen Planeten Wenn sie sagt Huh, then you must no how special I am Ja, ja genau, dann musst du wissen wie speziell ich bin, wie besonders ich bin Na gut, genau das muss ich wissen, das ist die logische Folge aus dem was sie gar nicht gesagt hat Ja, ja genau, sie ist wirklich besonders Ja, ja genau, sie ist wirklich besonders Ja, ja genau, sie ist wirklich besonders Besonders bescheuert, aber was soll's Ja, wenn sie sich guckt, als hätte sie das gerade gehört I'm not doing so well I'm not doing so well Are you alright? Did that rabbit hurt you? Naja genau Geht's dir gut? Ha, das Kaninchen dich verletzt, das böse, böse Kaninchen No, 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 but My feelings are, her Was, ihre Gefühle sind verletzt Oh, come on Genau das, was ich sagen wollte Man, hoff damit Hey, hey Wait How'd she even get into the village? Ja genau, wie kam sie in dieses Dorf Wir nehmen jetzt mal an, dass hier wirklich ein Dorf ist Und nicht bloß dieser komische Holzweg Und ein Haufen Steine und Felsen und so weiter There is a ward around here to keep summon creatures away Na gut, gut, dass wir das auch mal erfahren Dass hier irgendeine Art Abwehrmaßnahme ist Um diese komischen Kreaturen wegzuschicken A ward? I didn't see it Ich nehme an, sie mein damit irgendwas magisches Und nicht einen großen Schild, wo drauf steht Bleibt draußen Viecher I guess one of the keystones must have collapsed We'll have to tell the sheep about that Na, ich glaube einer der Schlüsselsteine muss kalabiert sein Wir müssen dem Chef Ich nehme an den Scher den Anführer von dem ganzen Haufen Und das mal mitteilen Ich sehe schon, ihr solltet Super Worts am besten nicht wie Stonehenge oder so bauen Wir könnten mal zu Problemen, wenn irgendwelche Leute vorbeikommen und mal ein paar Steine brauchen Oh, mal weitermachen Hey, wait, where is your master? Hey, wait, where is your master? I'm not serving anyone at the moment My master died in war a while ago I don't know anyone Mein Meister, okay, starb in einem Krieg Keine weile vorher Vor einiger Zeit I see, so you're a stray someone Ah Das ist also ein wandernder Beschwore Na gut, das ist ein bisschen schwierig zu besetzen Dann sagen wir mal einfach, siehst du ein Streiner I'm sorry, but it's foolish Das nur lau eine Strechzonen sind Tut mir leid, aber dieses Dorf lässt keine Streunereien Pech gehabt I see I'm weak and you're trying to kick me out of here Ich sehe Ich bin schwach und ihr versucht mich rauszuschmeißen Out into the forest Where all kinds of dangers await a helpless girl Oh, wo is me? Oh, raus in den Wald Wo alle möglichen Gefahren auf ein gliffloses Mädchen wie mich warten Oh, ich tu mir so leid Oh no, I didn't mean that Äh, nein, so meinte ich das nicht Der is the saying that if you save someone's life That person is your responsibility until you die Da gibt's ein Sprichwort, dass wenn du jemanden das Leben rettest Dann ist diese Person deine, äh Was war das nochmal? Irgendwas, bis du stirbst Genau, dann ist man dafür verantwortlich Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich sagen, sie hat sich das in diesem Moment gerade ausgedacht What are you going on about? Worüber redest du da zum Teufel nochmal? If you're going to give me the boot, you'll at least owe it to me to escort me to your safe place Right? Wenn du mich rausschmeißen willst mit einem Tritt in den Hintern Dann schuldest du es mir, mich wenigstens zu einem sicheren Platz zu escortieren, richtig? Hey, show some respect, you wouldn't be here arguing if it wasn't for us Hier, schaue uns Respekt, ja, du wärst nicht hier und würdest mit uns streiten, wenn wir nicht eingegriffen hätten Ja, whatever you say, but like I said, you have an obligation to keep me safe now Genau Was immer du sagst, aber wie ich sagte Ihr müsst mich jetzt beschützen, klar Ich fasse das jetzt mal zusammen, sonst sind wir ewig hier noch drin Now I demand you that you take me to a place that is nice and comfortable and full of mana Nun, jetzt verlange ich, dass ihr euch zu einem Platz bringt, der nett und komfortabel ist und voll von Mana Magie macht, was auch immer Was, hat sie jetzt einen Schlaganfall gekriegt? Warte, what's she doing? Was zum, was macht sie da? Are you okay? Geht's dir gut? I'm sorry Es tut mir leid, I'm sorry Das kam unerwartet Ha, aber ich erinnere mich noch von meinen letzten Versuchen daran What? Jetzt ist da ein Art Engel I'm sorry, I'm very sorry, please forgive me Oh, es tut mir so leid, bitte vergebt mir What the heck is this? Ja genau, was zum Teufel ist hier los? I'm sorry, I said such terrible things when you have helped me so much already Oh, es tut mir so leid, dass ich so schreckliche Sachen gesagt habe Dabei habt ihr mir so sehr geholfen bereits Ja genau, verteidigt gegen ein Karnicke, oh man Okay, stop apologizing, sonst wird's noch peinlich, hör auf dich zu entschuldigen What the heck just happened to you? Genau, was ist da gerade passiert? No, I must apologize, I don't have much control over her, but I couldn't Nein, ich muss mich entschuldigen, ich hab nicht viel Kontroll über sie, aber ich konnte nicht Let her get away with acting like that to you Ich konnte nicht, oh, so, jetzt hab ich vergessen, was da vorkam Auf jeden Fall, sie konnte das andere Mädel nicht damit davon kommen lassen I'm really sorry about that, es tut mir so leid Ah ja, da tun sich also zwei einen Körperteile, hm Huh? Ja genau, meine Reaktion I'm sorry Ja, ich höre ja, du hast ja schon tausendmal gesagt, dass es dir leid tut Jaaaa Und da ist die andere wieder I'm not apologizing Ich entschuldige mich nicht, auch wenn es wahrscheinlich schon zu spät dafür ist She's turned back Er hat sich zurück verwandelt What the heck happened to you? Was ist zum Teufel normal ist mit dir passiert? She's an Angel, living inside me, I hate her Sie ist ein Engel, sie lebt in ihr Ich hasse sie An Angel? Genau, ein Engel I got mixed up with her somehow, she screwed up my life ever since Irgendwie bin ich mit ihr durcheinander geraten, sie hat mein Leben durcheinander gebracht seitdem Wie genau passt jetzt Ah, naja, wir werden es wahrscheinlich später mal irgendwann erfahren, wenn wir Glück haben You got mixed up with her? What do you mean? Jaja, das sieht doch eher aus, als wäre das mit dem Mixen hier wörtlich zu nehmen, nicht wahr? Was meinst du damit? Ich bin müde Sie hat es irgendwie geschafft, meinen Körper zu übernehmen und sich zu entschuldigen bei euch Ich hätte das wirklich nicht getan Look, I have no problem getting out of here Genau, getting out of dodge When will you at least give me a chance to rest? Guck, ich habe keine Probleme hier abzuhauen, damit habe ich keine Probleme wirklich Habt ihr denn gewillt, wollt ihr mir nicht noch Möglichkeit geben, mich ausruhen zu lassen? I think she is being honest this time, she does look really tired Hm, ich denke, diesmal ist sie ehrlich mit uns Sie würde, sie sieht wirklich sehr müde aus Man, genau, hat sie angefangen zu lügen, das muss ich irgendwie verpasst haben Yeah, you can get some rest at my place Ja, genau, komm einfach her, vollkommen unbekannte, schlaf bei mir Oh, okay, I accept, I'll take a break at your house Okay, ich akzeptiere Ich ruhe mich in deinem Haus aus Ich nehme an, das ist nicht das Haus, das hier oben war Und das gibt es ja nicht mehr Alright, genau, alles in Ordnung und weiter geht's I don't know what you're thinking While I go tell the sheep about the fallen stones Ja gut, sag ihm mal, dass da irgendwelche Schüsselsteine kollabiert sind Thanks, Ryoga Hey, warte Was denn noch? Wir haben uns noch nicht vorgestellt Ah, ja I'm Ariel, der Kerl da heißt Ryoga Don't call me dieser Kerl Oh, sorry, and what's your name? Ja genau, wie heißt du? Ach, diesmal lassen wir es beim Standardnamen Spart zumindest Zeit Diner Erinnert mich irgendwie an Diner Blaster Ich frag mich, ob sie auch eine bombige Persönlichkeit hat Ja, okay Bonuspunkte für die, die wissen, worauf ich gerade angespielt habe Nice meeting you, Diner Hm, I guess it doesn't hurt to know your name Ich denke, es schadet nicht, wenn ich deinen Namen kenne Okay, dann Lass uns zurück zu meinem, äh, äh, Haus gehen Oh, acht Okay, und hier unterbrechen wir mal Bis zum nächsten Mal How's it going? In Teil 4 Ich bin, bis zum nächsten Mal Körger Ja, ich bin, bis zum nächsten Mal